Das ist nicht die Rüstung, die ich haben will. Nein! Seht ihr's? Seht ihr's schon? Was sieht's im Gesicht? Okay, okay. Ich muss mich anscheinend nackt machen. Okay, okay, okay. Teil 1. Hey! Oh! Hey! There we go! Oh! Yeah! Das ist ein Loch klitscht at all. Man merkt, glaube ich, ein bisschen den Unterschied gerade, nur weil sie rot-violette Augen hat, aber die sollten eigentlich gar nicht da sein. Mitkommen. Mitkommen. Wirst du seine Befehle befolgen und niemals hinterfragen? Hinterfragen! Ja. Dann nehme ich dich in unsere Gemeinschaft auf. Nimm diese Rüstung. Sie soll ein Zeichen deiner Ergebenheit sein. Muss ich doch nicht anlegen. Wie geht das? Schön, kommen wir zum Schlussteil. Willkommen in unserer Mitte, Bruder. Möge das Mana deinem Pfad in rotes Licht tauchen und bla bla bla. Verdammt, bist du ein schlechter Anführer. Ingraden Ausnahmen. Verdammt, bist du ein schlechter Anführer. Okay. Blohm. Willkommen in der Mitte, Bruder. Tschüss. Spannende Ausnahmen. Tak? Jetzt ist's Wwer nur.